Das neue Update von Notruf Hamburg ist endlich draußen. Es gibt viele Neuerungen, zum Beispiel einen neuen Gelenkbus, Schilder, eine neue Banke, wo ihr Geld überweisen könnt und auch bekommen könnt. Ich habe jetzt schon ziemlich viel Geld bekommen. Es gibt auch ein neues Gefängnis mit einem Fußballplatz innen drin, aber leider nicht den Porsche, das ist nur ein Mod-Fahrzeug, also jetzt nicht so früh, Freunde, bitte. Wir schauen uns trotzdem alles an und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Let's go! Wir starten direkt mal mit der größten Sache und zwar könnt ihr jetzt hier auf dem Handy auf eine Bank App gehen und dort dann Geld senden. Hierfür braucht ihr aber erstmal 25 Transaktionen, das hat mir Kumpel gerade gesagt, ich war vorher überplant, ansonsten steht da, dass ihr mehr Transaktionen braucht. Das heißt, ihr müsst erstmal Sachen kaufen und verkaufen, bzw. einfach Geld bekommen. Das habe ich hier einfach gemacht, dass ich bei der Osso ein bisschen verkauft habe, das ist aber jetzt auch egal. Und zwar könnt ihr jetzt Geld senden. Wir nehmen hier erstmal irgendeine Person, man kann jetzt hier anscheinend suchen, kann ich jetzt mich selber suchen oder so. Ja, okay. Alles klar, man kann jetzt irgendwie Leute suchen und dann Geld senden. Okay, es muss zwischen 1000 und 8000 Euro sein. Ich spende jetzt erstmal Kuppels. Genau, das heißt, ich kann jetzt 5000 Euro senden. Dann muss ich das hier nochmal bestätigen. Und jetzt habe ich 5000 Euro an Kuppels gesendet. Hier steht das auch, 5000 Euro Geldtransfer. Finde ich gut, man kann auch Geld kaufen, würde ich euch aber nicht empfehlen. Das finde ich aber auf jeden Fall sehr, sehr gut. Perfekt. Und man kann auch, soweit ich weiß, Geld an Leute außerhalb des Servers senden. Das wollen wir jetzt einmal gucken, ob das geht. Ich nehme hier jetzt mal einen random Mensch. Und da können wir jetzt, wir machen mal zum Test 1000 Euro überweisen. Ja, okay. Ist auch eine Person, das heißt, ihr könnt jetzt auch an Leute, die nicht in eurem Server sind, Geld senden, bzw. allgemein. Ihr könnt davor ja gar kein Geld senden. Das heißt, ihr könnt jetzt auch zum Beispiel Geld an mich senden, damit ich nicht mehr so arm bin. Hust, hust. Und jetzt gibt es einen 1 Minute 50 Cooldown. Okay, 1 Minute 50 nur. Das ist wenig. Das heißt, man kann relativ schnell relativ viel Geld überweisen. Darum sollte es jetzt aber gar nicht gehen, sondern wir fahren jetzt auf jeden Fall mal mit dem neuen Gelenkbus. Den sehen wir nämlich hier. Ich weiß nicht, wie viele Besitzer hat der? Ich denke mal zu viele, ne? Ja, okay. Der hat relativ viele Sitze. Und wir gucken mal, wie der sich so fährt. Alles klar. Okay. Ne, der zieht relativ gut. Und das sieht auch gar nicht verbuggt aus. Okay, hier ein bisschen, ne? Weil das sind zwei unterschiedliche Glieder und so. Aber ich finde das eigentlich ziemlich cool. Genau. Dann kann man hier nur mal langfahren. Der wendet sich auch relativ cool. Okay. Kann man auf jeden Fall mal machen. Finde ich auch relativ nice. Ist jetzt nicht so ultra spektakulär, aber der zieht ordentlich. Der fährt ordentlich hier ein bisschen rum. Kann man auf jeden Fall machen. Der wendet auch. Und was ich hier jetzt schon sehe, da ist eine Tafel. Und die schauen wir uns jetzt einmal an. Denn ich habe da gerade was gelesen, was mir vielleicht nicht so gefällt. Ne, okay. Alles gut. Ich habe da was gelesen, was mir nicht so gefallen hat. Eben, da habe ich mich wahrscheinlich verlesen. Und da seht ihr ja auf der Map halt solche Tafeln. Da war eben was zum ADAC. Hier ist jetzt was zur Polizei. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Jetzt gehen wir aber zu einem weiteren größeren Punkt. Denn es gibt noch was ziemlich Gutes bei der Feuerwehrstation, was wir uns jetzt angucken müssen. Genau. Das ist jetzt aber nochmal was anderes. Alles klar. Wir haben hier jetzt auch nochmal den E-Bus. Das ist an sich genau das gleiche. Einfach nur nochmal mit der E-Variante. Das heißt, der Motor geht schnell an und hat wahrscheinlich eine bessere Beschleunigung. Finde ich auch sehr, sehr cool. Wir fahren jetzt aber zur Feuerwehrstation. Denn da gibt es auch nochmal eine gute, coole Neuerung. Okay, wir sehen hier halt überall diese Schilder. Mehr möchte ich da aber auch gar nicht zu sagen. Weil das sind jetzt nicht so viele. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal in die Feuerwehrstation. Und man sieht hier übrigens alles. Also man sieht jetzt nicht von Anfang an. Aber man sieht hier auch, wenn ihr eine Strafe bekommt. Oder wenn ihr Geld bekommt, geraubt ist. Also das, was ihr ausgeraubt habt. Und jetzt muss ich mal suchen, wo ich das finde von der Feuerwehrwache. Wo ist das denn? Ah, perfekt. Nämlich hier habt ihr jetzt auch solche Stangen. Alles klar. Wie gerufen. Ein Feuer bricht aus. Und jetzt könnt ihr hier einfach runterrutschen. Okay, ihr müsst aber E drücken. Das finde ich trotzdem seltsam nice. Ihr könnt einfach runterrutschen. Und dann direkt zu den Fahrzeugen gelangen. Das ist für das RP vor allem richtig nice. Und ich finde es auch wirklich so gut gemacht. Und man kann hier auch gar nicht hochklettern oder so, um zu fliehen. Das finde ich auf jeden Fall wirklich gut. Wir fahren jetzt weg von der Feuerwehrstation zum Gefängnis. Denn da hat sich auch nochmal einiges verändert. Übrigens gibt es auch nicht mehr den Bug, dass irgendwelche Crimes hier jetzt, wenn ihr die festgenommen habt, hochspringen können und euch steuern können. Und wir gucken jetzt mal, hier hat sich nichts verändert. Aber es soll sich im Innenhof etwas verändert haben. Da gucken wir jetzt. Vielleicht wurde ich auch gescamed. Aber nein, hier hat sich verändert. Hier sehen wir auch ein Schild. Also im Gefängnis ein ADAC-Schild. Weiß ich nicht. Aber besser wäre ein Polizeischild. So, genau. Wir haben hier jetzt nämlich einen größeren Innenhof und wir haben hier ein Fußballfeld. Relativ schlicht. Aber das könnte auf jeden Fall nice werden, wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel in einer kleinen Gruppe unterwegs ist. Zum Beispiel vier Crimes zusammen. Und dann hier was macht. Kann man sich ein bisschen beschäftigen und einfach ein paar Runden Fußball spielen. Da würde man, glaube ich, aber teilweise auch gar nicht mehr aus dem Gefängnis raus wollen. Da wäre es natürlich cool, wenn es noch Gefängnis verlassen-Button geben würde. Aber ich finde das ehrlich gesagt so auch sehr, sehr cool. Und man kann aber immer noch nicht flüchten, glaube ich. Naja, okay, gut. Weil es hätte ja auch sein können, dass jetzt hier irgendwo ein kleiner Bug ist und man hier flüchten kann. Anscheinend aber nicht. Eine Kleinigkeit, die mich aber noch ein bisschen verwundert ist, dass in den Update-Logs steht, dass Roblox-Ads hinzugefügt wurden. Da ist jetzt die Frage, ist das aber nur, wenn nichts ist und dass es auf öffentlichen Servern sein kann, dass da dann Werbung ist? Oder ist das wirklich jetzt immer nur dieses Logo hier oder ist auf öffentlichen Servern dann teilweise Werbung? Also echte Werbung. Das weiß ich nicht genau. Wäre auf jeden Fall interessant, wenn es so wäre. Würde ich jetzt nicht schlimm finden, weil wäre ja auch irgendwie gut für Not of Hamburg. Kann ich mir vorstellen, dass das einfach nur Platzhalter ist. Werden wir aber dann, glaube ich, in Zukunft sehen. Übrigens wurden jetzt die Preise für Erdbeersäfte und Äpfel gesenkt, beim Farmshop im Laden natürlich. Die variieren aber trotzdem noch von Server zu Server. Das finde ich auf jeden Fall gut, weil die waren viel, viel, viel zu teuer. Ist auf jeden Fall gut, dass die jetzt geändert wurden. Wir gucken uns jetzt nochmal zwei, drei kleine Sachen an. Und wenn man hier langfährt, bin ich ehrlich, ist das schon sehr, sehr cool, diese Schilder hier zu sehen. Weil man hier die ganze Zeit irgendwelche Schilder sieht, die beleuchtet sind. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool für die Optik. Ich hoffe, dass wirklich nur diese Schilder sind und keine Werbung darauf. Weil ich glaube, die Werbung würde nicht so ein cooles Not of Hamburg-Feeling geben. Es gibt übrigens, so wie es mir eigentlich schon seitdem es den Zug gibt, also den neuen Zug, diese Schilder, wo angezeigt wird, wann der nächste Zug gibt, hatte ich mir ja schon von Anfang an eigentlich gewünscht. Gibt es jetzt endlich zum Glück. Das heißt, er wird jetzt angezeigt, sieben Minuten. Meiner Meinung nach sind sieben Minuten immer noch zu viel. Muss häufiger kommen, weil so bringt er halt relativ wenig. Gut, hier sind es jetzt zwei Minuten noch nach Bergedorf, beziehungsweise eigentlich Hafencity oder, ach, keine Ahnung. Ich blicke da auch nicht mehr so ganz durch. Auf jeden Fall ist das immer noch ein bisschen zu lang, wenn man hier jetzt sieben Minuten warten muss, um zum Beispiel zum Juwelier zu kommen. Und da dann zum Beispiel jetzt nochmal warten müsste, bis irgendwie ein Bus kommt oder irgendwas. Und Busse werden auch selten gefahren. Also ist noch nicht so das Beste, ist trotzdem aber relativ cool. Was ich jetzt schon toll finde an dieser App, ich sehe jedes Mal, wenn ich hier irgendwie über Rot fahre. Und das wird mir sehr oft passieren und ich sehe auch, wenn ich geblitzt werde. Ihr guckt jetzt schon mal. Und was wir hier auch sehen, ist ein neuer Hintergrund im Besprechungsraum. Und zwar sehen wir hier halt relativ basic Polizei Hamburg und dann dieses Logo. Gibt es auch in der Feuerwehrstation, habe ich vergessen euch zu zeigen. Machen wir gleich aber noch. Finde ich relativ nett, aber man sitzt halt relativ selten in diesem Besprechungsraum, abgesehen vom RP manchmal. Deswegen nett, aber auch jetzt nicht ultra hilfreich. Außerdem gibt es bei der Polizei jetzt eine neue Zivilpolizei-Uniform. Ich bin ehrlich, ich fand die andere besser. Wobei, ich weiß nicht, ich finde die ehrlich gesagt realistischer, weil wenn man jetzt einfach von hinten guckt, ist es deutlich realistischer, dass man hier Handschellen hat, Pfefferspray, beziehungsweise Schlagstock. Ne, Pfefferspray. Okay, zwei Magazinen ist unrealistisch und in Hüllev hat man nur noch ein Magazin extra und das in der Waffe, aber ist ja auch egal. Und hier vorne, aber da sind ja unterschiedliche Sachen drin. Von vorne finde ich optisch war die andere auf jeden Fall besser, auf jeden Fall. Also von hinten die besser, also von vorne könnte ich mir nicht sagen, das sieht jetzt nicht gerade, nicht so gut aus, um ehrlich zu sein. Vielleicht gewöhne ich mich noch dran, müssen wir aber erstmal gucken. Die Waffe bleibt aber noch im Holz, sie hätte ja sein können, dass sie jetzt rausgeht, geht sie aber leider nicht. An sich finde ich die von hinten auf jeden Fall gut, von vorne geht besser, ist aber auf jeden Fall noch in Ordnung. Ich habe jetzt nochmal 8.000 Euro bekommen von Kuppel. Was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass man nicht sehen kann, wer einem Geld überwiesen hat, außer dass hier unten angezeigt wird. Wäre nochmal gut, wenn man es hier sehen könnte, wer es einem geschickt hat, weil so kann ich mich jetzt nicht mal direkt bei ihm bedanken, wenn ich offline war und es mir geschickt wurde. Und das ist das Logo nochmal für die Feuerwehr, also in Rot, ist auch ganz gut. So Leute, das ist aber auch mit dem heutigen Video. Wir haben uns jetzt alle neuen Sachen angeguckt, welche im Update gekommen sind. Ich finde, es war auf jeden Fall sehr, sehr nice oder ist sehr, sehr nice. Ich finde, es ist auf jeden Fall gut gelungen. Klar, es gibt ein paar Sachen von der Map her, die gut für die Atmosphäre sind, aber nicht so einen riesen Einfluss aufs Spiel haben. Aber ich finde es trotzdem cool. Zum Beispiel die Bank App ist einfach, kann man so sagen, einfach eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Ich werde es aber gar nicht mehr lange drum ruhen und reden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal gerne ein Like und ein Abo da. Damit würdet ihr mich nämlich riesig unterstützen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.